Ui! Ich bin nicht erst dran oder was? So Leute, dann sind wir wieder bei Borderlands 2. Ich bin der Luna und wir sind alle ganz nass schon. Das ist allerdings wahr, wir sind nass, aber auch nur weil Schnee schmilzt. Nass geschwitzt, sind wir von dem blöden Arena-Kampf letzter Runde. Auf jeden Fall, nass geschwitzt, natürlich meinte ich das. Was denkt ihr denn schon wieder, ihr Schwingelz? Ich schalte mal die Quest. Was hat denn nicht entdeckt, nicht entdeckt, was kalt? Ich bin Lego und ich hasse dich. Wir haben grad 10 Millionen Fests aktiviert. Gucken wir uns das mal an. Gucken wir uns das hinterstellen, da sind wir geschützt. Wie geil. Sind wir geschützt hier drin, sogar Geräute. Lass mal Smokebox machen. Gegen alle möglichen Fernkampfangriffe sind wir da geschützt. Im Nadelbildschirm war ein Deutschlands Sturmgewehr. Deutschlands Sturmgewehr? Der Schwarz-Rot rollt. Oh mein Gott. Die Kuh denkt immer noch, wir haben sie gerne oder so. Kann das sein? Also am Anfang dachte wir so, hey Baby, mittlerweile nenn ich oh, hey Bitch. In Borderlands 1 dachte ich immer so, hey Baby, und hier denke ich, oh Gott, Standbild. Ja, ich höre mich. Ja, ich höre mich. Ich höre mich. Ja, ich höre mich. Die hier, die nervt so ein bisschen. Das ist halt immer irgendwie so ne Nichtsagen, die Tussi mit so nem Nichtsagenden Gesichtsausdruck. Ja. Von wegen, die könnt auch grad kacken, man würds nicht merken. Da würds wahrscheinlich sagen Kacke. Ich meine, Mist. Kacke. Oh shit. Ey, was sind das für Ratten? Das sind alles Ratten hier. Also die reißen so. Was sagst du denn vor allem? La Porte. Oh Gott. Du Ratte. Du Ratte. Du Dreckige. Ratte, spring mal ins Gesicht. Skill Shots. Ihr müsst mal auf die Tunnelratten achten, die sehen voll aus wie der Pyro aus TF2. Warum muss ich unwillkürlich an Robo Ball denken? Wenn ich den Namen... Feldratte, was sind das denn für Ratten, ey? Warte nicht. Nein. Den hier aus wie mutierte Zombies aus. Äh, äh, Resident Evil möchte gern abklatsch. Resident Evil möchte gern abklatsch. Das ist glaub ich Teil 7, oder? So heißt der doch. Möchte gern abklatsch Resident Evil. Bam. Der war schön, der war schön. Oh mein, X oder so. Ich retz mal. Ne? So. Ah, wunderbar, danke. Und stirb an meiner Rakete. Oh, die Crap. Ich war eine Backe. Ich bin nicht weg, äh, ich bin noch dran gewesen, das war okay. Raketenwerfer sind schon geil, aber die schießen so langsam. Das ist halt das Problem, also, mir fliegen die Kugeln zu langsam, ganz ehrlich. Ja. Meine Kugeln sind toll, oder? Der Idiot, der Ballistiker gefunden, hat gehört echt geschlagen. Direkt. Ist echt Panne hier manchmal. Ey, was ziehen die Viecher denn ab, die Racks? What the fuck? Ich hab die Chef-Molitionskiste aufgemacht, aber noch eine dritte. Hahaha. Das hat das Ding einfach mal zwei Deckel gehabt. Weil die Pulsster war es auch noch Deckel. Heißt, die hatte zwei Deckel, oder wie? Ich hab das aufgemacht, aber nochmal ein Deckel. So, den muss man nochmal aufmachen. Holen wir 16. Ja. Nice. Scheiße, ja. Fick, ja. Rappendieb. Gib mal die Dreckserade. Wer klaut denn Ratten, die dumm ist das denn? Die gibt es umsonst im Kanal. So, was nämlich sein? Äh, Zielgenauigkeit zu brauchen. Schauen wir uns mal, was neu ist oder so. Nö, okay, alles klar, alles bemalten. Hm, ich würde schon fast sagen, sogar so ein Vollerpissarer sagt, in den Lernraten zu beschwören, also. Na. Wie der Elementaleffekt nachweilig schon steht. Okay. Mann, ich, ich, flame niemals andere Let's Player, niemals Brüderbeschossen. Ja, ich weiß. Das hast du mir jeden Tag. Das war gut, ja. Das war sehr gut. Ja, deswegen sollte man sich nicht in der Nähe von Fässern aufhalten, wenn man mit Luna und Lego spielt. Ja, ich, ich kann auch ganz anders, du. Ja, ja. Oh, geil, ich hab ne Black Rifle, will hier mal. Was ist denn jetzt los? Ich hab einen Raketenwerfer. Will jemand ne Black Rifle, die die Rotz schießen, dass die Gegner mehr Schaden bekommen? Ja, ich hab ne. Ja, hier so. Oh Gott, oh Gott. Oh, nee, du meinst die andere, die schlabber lila Kacke da. So lila, nö, nö, ich hab ne Korrosionswaffe. Ebenfalls. Oh fuck, mich hat's da runter gesprengt. Wo bist du denn jetzt denn? Oh fuck. Oh kacke. Hinterher. Ich hab wieder kristallisk. Ich will die aushalten und ich krieg dich schon die ganze Zeit. Scheiße, ich hab im Flug was entdeckt by the way. Okay. Oh rauf, rauuuck. Oh, kristallisk. Ganz viel mit kristallisk. Ganz viel gerne kristallisk. Die fressen einfach mal drei Raketen, was geht mit dem ab? Fresst jemand Beta oder? Äh, das war cool ja so. Was, ah, ja, stimmt, stimmt. Ich bin auf Weg, ich bin auf Weg, ah, zack. Ah, ich hör wieder Rax. Oh, ich steh auf jeden Kopf. Oh, so. Es ist schön, aber. Nein! Oh! Komm schon! Nein! Hat mich da so viel weggeschubst! Die Kacke! Oh, Kacke! Oh, Mist! Na egal! Fangt! Ich hoffe mal, dass es so hart weit weg ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hoffen, weil es Goldnuggets verloren. Oh, komm schon, hier? Na gut. Die Racks sind solche Pisser, ich hab grad eine Granate geworfen und erst mal einen Rack getroffen. Lauf, 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 lauf! Raste, raste, raste. Das ist Geld? Was die da vorne lassen, dieses gelbe Zeug. Ja, das ist Geld, aber richtig viel sogar. Hammer! Naja, Money, stimmt. Mein Money geht auch hoch. Oh, Alter, du scheiß Rack, mich anzurämpeln, hier! Wieso kackt der von mir auf den Boden? Ist leicht verstört. Seine Art, zu zeigen, dass er es nicht gern hat. Ah, immer auf die Arme schießen. Da fallen sie am meisten. Na, ne Kiste. Oh. Können wir mich mal? Hallo? Hallo? Lego, Luna, äh, Soße. Oh, na du, oh, oh, oh. Ja, haha, ich lege mich zu dir. Hm, na? Ihr seid so niedlich, ich könnte Gott sein. Ihr seid so killgeil, die ganze Zeit. Ich loote da und... G-Furpe, ich habe ja auch gelootet, aber es kiffo ist, wie es besser geht. Ich blute da, ich blute, nicht blute. Aber slapen noch ein bisschen. Ich blute. ausgeschafft ich auch hab ich die Scheiße nervig mann oder so ganz viele Stemmer Tourette Laborraten und auch die Zuhörer Tussau zu betreffend das Leben alles wollen Schiff und Schwarzschild veröffentlicht und darunter das Werkrat der Mann ich kann in die ganzen Hörer Töte mit der Füße ein Wettbewerb das abwürdigste Schwarz Peter alt ich habe Obergeil er war können sie noch mehr auf ihre Gegner rein machen bitte das noch welche die gar nicht sterben wenn man drauf schießt und sagt das nicht so dass man es falsch verstehen könnte man auch für die Videos guckt ich glaube nicht so viele das passt schon dann nur Leute die ich hasse also alle du hast erfüllte Gerlmann ich weiß nicht ich habe sehr sehr viel hassen und ich weiß aber nicht wen ich hassen soll darum hasse ich aber jeden fertig ich weiß genau warum ich immer 20 Meter Sicherheitsabstand von einem Fasshalter wenn ich mit diesen beiden Herren mit L anfangen ich gehe mal oben gucken wenn ich da was drauf Latexlunte ich habe doch gar nichts gemacht Latexlunte Luna du stellst meine Glaubwürdigkeit in Frage ich mach dich nicht mehr Latexlula und ich stelle gar nichts in Frage Janett Babette ich vernichte deine Glaubwürdigkeit einfach mal Janett Babette zieht sich da irgendwas zusammen im Schritt wenn ich sowas mache noch neuer Gäste ein Schritt zieht sich dann zusammen es ist ein zusammen ich habe auch eingekräuselt ja ich glaube für einen kleinen Moment in der Anklubusterbär ich bin in kleinen Momenten aber immer Prinzessin mit der Runterspringen mit drei Meter Durchmesser das machte die Granate Kumpur die Tanz dann er ist auch schon aufgefallen irgendeine Art und ich habe irgendwie alle Tanzen der Art wenn kein Gegner ist tanzen wie immer wie wie Höh Highlands Outwasch Outwasch Autowaschanlage ja die waschen da ihre Jeans Visible Assholes also da kommen die da kommen die Levis her Schlüsse wie wie Strauß und so da 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 uiuiuiui was ist jetzt los es brummt so uaah was ist das da vorne da ist die Stadt wieder aufgetaucht fliegende Brüste nice hast du gut gemacht Lilith in der Stadt bei ihm die Stadt gefaced in your face in your face in your face weißt du ich ich zweifle ja meiner Figuren mich kriegst du nur drei Meter aber die ganze Stadt ne mhm Nadelstalker alter natürlich du bist fetter als Sanctuary ist das nicht Slipper aus dem äh Anfang da wo man dann den Nadelwitsch macht gerne das sind auch die Gegner aus dem Trailer hier Nadelstalker das klingt so als wäre das Drogensüchtige ja richtig Nadelstalker Nadelstalker Stalk in my needle Nadel 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 oh da geh ich rein alter kommen sie rein können sie rausschießen das Geräusch ist so das Geräusch ist so wenn da reingeht das Geräusch na brumm ey sag mal je weiter man in dem Spiel kommt müssen die Gegner da immer agiler werden und immer ekelhafter einfach nur ja natürlich das macht ja keinen Spaß das ist ja nicht mehr ja das hört mich von einem Amorlog aus Hayley zu zum Teil ey ohne Witz das ist voll schlimm das ist lauter als der Spiele Sound an sich ja das übertönt alles guck mal wir haben bei diesen Kacknischern stirb stirb Atze 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 na das war's das war's mit den vier Lappen die aufgehender wir müssen die Schnellhalserstation benutzen wir sind hier komplett falsch oh wir sollen gar nicht hierher aber 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 auch nicht im Fall Kram zum Töten ich würde grad sagen dass man immer so ein Tode im Ballerrausch Nutella-Bau nix gar nicht mit Nutella-Rausch hier fließt grüne Proteinflüssigkeit lang wer ist im Nutella-Rausch von euch das haben wir jetzt nur gemacht dass sie sagt Fehler es geht nicht oder wie ich glaube ich weiß nicht zu deinen Freunden ja ich hab euch ja schon gespoilert das ist ne schlaue ne sehr schlaue ja haha das ist die habe ich genauso lieb wie 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 ja komm sein wir ehrlich wie eure Abonnenten wie sie sich wieder einschleim versucht habt das gehört ich merk schon wieso ich nehme dich auf den Kini miss ihr seid zwar total kacke aber irgendwie mag ich euch ja doch und äh ich möchte euch ja helfen und so und ja und in ihren Augen stand förmlich Stern an Hüpfstern ist der ist der Typ grad unsichtbar gewesen? ja so ein ich sag nicht was ich gedacht hab ich sag oh guck mal da geht er da denn da kommt er 10.000 Gegner wieder ist alles gut das 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 so da oben den verdammt verdammt von einem burnen gewesen Mann die riecht voll nach verbrannten Kannibalen oh geslechter Stalker bah Granate drauf fertig wie? das ist noch ein Nadelstalker oh mein Gott der kann sich unsichtbar machen ah ey die sind voll die Fisser oder? das ist echt übel ja wer für Granate Granate los was ist das? hä? what the fuck? das brauch ich meins da steht mein Name drauf in dieser Ampulle kann den eh nicht aufnehmen hä? warte wo ist er hin? da ist er Schild Booster LED Schilder sofort auf den das gab mal letzter das Auflegegeräusch ich bin voll verwirrt ich will gar nicht wissen in wieviel kommt wie es ich jetzt schon wieder stecke je weiter man in dem Spiel kommt es so Arkade-Shooter mäßiger wird es irgendwie hab ich das Gefühl ja leider es ist halt voll also ich find's nicht schlecht muss ich euch sagen weil ich steh auf Arkade-Shooter huiii ich freut ja mal wie Drecks auf Blatsch ich traf einfach mehr sinnloses Gewerzel stehen wir doch alle drauf Bohr ich erinnere was war total record die blumei kam auf die blumei kawa mann pp 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 es nahe trug wahl annault oder leute wenn ihr mal lachen wollt sucht mal die 160 besten annault schwarzenegger quotes ich bin fertig bin dann bernst du schweiß mann würdest du die granate bitte nehmen dankeschön aber das habe ich gesagt als ich bei burger king chili cheese und so was würdest du diese granate jetzt also wir haben schon zweimal ich meine jeder der mich kennt weiß genau samstag ist bürgerkontag und samstag ist bürgerkontag ja und sonntagmorgen ist immer scheiße wird es hier anbaut kritisch wenn du weißt er wusste wenn er geht geben wir die kälte Stoß doch auch stimmig die kann man wieder auf mediklitz Stoß das war so und dann das war überhörten ich konnte ich zeigte was soll dann aus dem Gegner soll ich sehen doch oder wutsch das war ein Sprengstoffwälder, aber egal oooohh mannee wo die bei euch rumstehen die Penner? ich zieh gar nichts da oben, ja so Roboter ich liebe meinen Sniper hier wieder voll, das ist richtig geil, Elektro Wieso ist die Brücke oben? Elektrika, Salsa, aha, aha Kennt das jemand? Nein Was ist Sven Bad oder wie der heißt? Sven Bad Es rockt einfach die Hütte Zum Glück nicht, ne Weißt du was auch die Hütte rockt? Die Hütte rockt Der klingt echt im Musikvideo als würde er übelst erstmal einen abschleinkern, ey Weißt du was auch die Hütte rockt? Slayer Oh ja Slayer Natürlich Slayer Kennt ihr, wie heißt der komische Typ? Da hängt mein Penis aus der Airplane Uh, was kommt da? Unsere Med-Fahr-Gelegenheit auf die andere Seite Die Med-Fahr-Gelegenheit? In eine bestere Welt voller Köpfe zum Wegsniper Weeeee Erster Nein Lass mich rüber Lass mich rüber Ich komm, ich häng fest I'm stuck I'm stuck Was ist denn jetzt los? Ich häng echt fest hier Tschüss Oh jetzt gehts Hallo Nein Nein Spring Spring ich fang dich vielleicht Komm spring, du schaffst das Donald passt du noch Seil dich rüber Mach 1 auf Bayernet-Commando hier Mit dem Superarm Mit dem Superarm Ja ich glaub da war so ein Teil wo Lego drauf gedrückt hat Okay Ich komm noch mal drüber wie's aussieht Sonstruktion Ist das laut? Wir sind festgehangen Was ist denn los hier? Warum ist das so laut? Wie ein Klavustabeer Oh 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 Da kommt was großes Da kommt was großes Ti schon wieder so ein scheiß Nein Da geht um einfach Power Aber sind wir hinten drauf würden Oh eine Arrungenschaft freigeschaltet Wöh ich nicht Helft mehr Ist nicht Schuss jetzt Ja ich bin ja schon unterwegs Reundig rum wie keines Mädchen Ich bin ein Vogelmann. Vögel weinen nicht. Sie haben keine Tränen, Drüsen. Aber komische schneeweiße Frauen hier. Ich hab ne weiße Weste. Und er hat keine Kloange. Und keine Unterwäsche. Ich glaube, sie hat dafür Sumpfarsch. Sumpfarsch? Oh, was sagen Jake? Spitze. Denken glitzert, ich will glitzer. Denken glitzert, glaube ich. Das muss aber auch sagen, dass die... Oh, shit, na SMS. Irgendwenn die wesentlich abwechslungsreicher sind als im Ersten. Oh ja. Das Ersten gab fast nur Wüste und Steppe. Oh, ich will sie sagen. Gefräßiger Thrasher, was ist das denn? Ja klar, der Schild. Natürlich. Natürlich. Das ist ein ganz Thrasher. Thrasher. Thrasher, Thrasher. Thrasher, Thrasher. Thrasher. Brenne. Okay. Uiuiuiui. Hier, nimm meinen Arsch von Elementarschaden. Wie gut, dass er nicht sein Schild irgendwie innerhalb von Sekunden wieder nachladen kann. What the fuck? Oh, shit. Was ist denn hier los? Au. Alter, Lego. Spezies. Au, 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 au. Rette uns. Das ist super. Dankeschön. Ja, Luna rette ich. Die anderen haben mich gelästert, als ich da war. Voll fies. Haben wir gar nicht. Rettet mich. Ah, ich habe ihn getötet. Ich lebe wieder. Hihihi. Ohoho. Da heisst du meine Lorbeeren an. Ich glaub's nicht. Killsteam. Ich hab mein ganzes Elo zugrunde. Nein, du schönes Ding. Ja, tötet meinen, tötet meinen Typen. Hmhm. Du hast sogar deinen Finger. Das finde ich nicht gut. Wenn du mich belebst. Nimm den Finger darauf. Nicht den Finger. War das jetzt ein Boss, oder? Das war jetzt tatsächlich ein Boss, oder? Das war ein Boss. Der war sehr einfach. Das war ein sehr einfacher Boss, wenn es wirklich ein Boss war. Das war wirklich cool. Ein einfacher Boss, der mal eben drei Viertel der Gruppe zerspringt. Ja. Ja, wir ballern hier nur drauf. Wir gehen ja nicht taktisch voll. Das ist das Problem. Unsere Taktik ist, so lange zu schießen, bis die Gegner sterben. Ja, das ist gut. Das finde ich eine gute Taktik. Das ist das Problem, Panda. Das finde ich aber eine gute Taktik, muss ich dir sagen. Die funktioniert in der Regel. Ja, vor allem im Borderlands. Boah, ich springe aber sowas von aufs Dach, ne? In der Regel davon würde ich jetzt nicht ausgehen, aber im Gefecht. In der Regel haben wir hatten rote Bärse, aber darüber reden wir auch nicht. Ich steck mir auch mal ins rote Meer, muss. Oh. Ja, das ist immer noch besser, als wenn vollidiotin und ein braunes Bett lag. Ach, egal. Bitte warte. Ich will es gar nicht wissen. Oh, was der Typ Lava zu herrlich fand. Ich will es nicht lesen. Ne. Das war einfach zu geil. Nein, das Ding explodiert. Ich schlaf nur scheiße und ich kann nicht gemeint sein. Äh, äh, äh. Das muss zu lange schlafen. Na, äh, was soll die Kacke? Oh, shit fuck. Könnt ihr mich, Peter, ich stehe hinter dir? Bitte, bitte. Danke schön. Ich hätte die Glatze. Wo sind deine Haare? Ich habe mich nicht abgelegt. Oh, danke. Das ist doch damals, als du noch Haare hattest. Oh, diese blöden Roboter, die waren ja immer schlimmer, du. Ja, aber ich muss sagen, mit Geburtraum geht ein, kein Flug. Ja, wo sind's noch ein Brocken, echt? Jawoll. Hatte er denn die Haare, ich will mehr wissen. verdammte geschütze warum brauche ich ja nicht immer wieder eine heilung wenn ich wenn ich es gerade eine genommen habe das ist unglaublich nein lego fährt nix gut wir müssen wir überhaupt hin ne warte mal gesundheit nun darfst du mit raketen schießen die zieler einfach mal da auch das ist jetzt schlecht war autobahn reifer wand an risiko vollgas alter es geht wo seid ihr hin warte dann fahren wir doch erst recht hin um auf zu schießen ich sehe nichts das hat sich voll gelohnt ich wollte mich davor schnell wegen dem geschütz falls da bullshit abgeht weißt du solltest du eine schnellreisestation haben was dann mach ich es von der draußen einfach hupen munition da lang da lang da lang jetzt kite die erstmal hier her und dann ist gut korrekt genau holt die rüber und dann weil dann wird die einfach von hier aus ab und dann geschützt da ist doch gar nichts leute hier ist überhaupt kein gegner was wir müssen da oben eine fliege ne was ist das sieht aus wie eine fliege es ist keine fliege es sieht aber aus wie was ach den transmitter ich brauche eben was ganz viel energie und ganz viel munition oh ne jetzt geht gleich wieder los das geht los ich weiß auch nicht du kannst du ja okay ich weiß was du meintest oh okay ach du kacke damit habe ich nicht gerechnet ich habe keine flusskacken munition mehr oder habe ich noch was äh ja 60 schuss jetzt wieder sterb 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 是不是 immer da rein inon regel des"! will doch jemand in problems alter das ist die schießen von oben doch kann das sein nein ich habe keine granaten mehr Ich komm bei dir so schön von hinten. Lame! Nein! Wann? Mann, oh! Ja, noch mehr. Aua, da kann man noch mehr. Jo! Angel, halt die Klappe, du bist unbeliebt hier. Oh Gott, ich schieße die ganze Zeit aufs andere Fahrzeug, hab ich recht. Oh, Dreck! Okay, komm, wir machen es uns auf dem Weg. Oh, was ist denn hier los, ey? Diese blöden Reparaturzeile hier. Warum schlägst du mich? Weil ich dich geil finde. Ach so, ach so, das ist okay. Schlag mich mal wiederbeleben! Los! Fester! Ja, dann los. Die sprengen mich grad irgendwie so das Ding in die Luft, glaub ich. Ach so. Boah, die sprengen mich. Nee, wir müssen uns auf Twitter verteidigen, ich glaub der ist im Arsch. Ach wie, reparieren auch noch? Jawohl, müssen wir reparieren, ich geh mal hoch und reparier den Scheiß. Ah, so blödes Reparaturschiff. Tada. Diese Frau hat Ahnung von Technik. Das war jetzt ungefähr so schwer wie, wenn jemand droht, so Terrorwarnung, ich spreng den Staudamm und dann ist da eine Bombe und dann steht da ein Knopf mit ins Schärfen. Für uns war heute gleich Bombenwarnung oder Warnung wieder mal. Ja, hatten wir damals auch. Ja. In der Schule immer ständig, weil irgendjemand keinen Bock hatte auf Schule. Bitte wat? Ja, dreimal in den zwei Jahren, in denen ich da war, kam Bombenwarnung. Krass. Was? Die haben auch sonst nix zu tun, die Leute, oder? Woll Gott sagen. Nee, das war so eine Koppelschule. Das heißt, es gab die eine Hälfte für Baumschüler, die extrem dumm waren. Die haben dann Schminken gelernt und es gab die andere Hälfte für Leute, die eben richtig Ausbildung machen und Schule. Und ihr könnt euch vorstellen, aus welcher Richtung wahrscheinlich die berühmten Drohungen kamen. Weißt du, wie sich das jetzt anhört? Die einen waren dumm, die haben Schminken gelernt und die anderen... Das ist jetzt eigentlich Legos Part. Lego? Die anderen waren Männer. Ja, deswegen hat sich das angehört. Die einen, die haben Schminken gelernt und die anderen... Die anderen waren Männer. Genau. Oh, scheiße. Also, ich werd's in den Titel... Ich werd's reinschreiben, bitte. Wenn ihr eine Frau seid, guckt dieses Video nicht. Wir werden immer schlimmer. Schreibt doch einfach... Falls ihr weiblich seid, gebt euch allergrößte Mühe, euch zu merken, dass Lego dabei ist. Und Lego mag euch nicht. Oh. Was ist es denn? Konstruktor. Reketenwerfer. Konstruktor. Granatos. Explodios. Nächster Level, jawoll. Ja, wie? Warum kann ich das Quest-Item nicht nehmen? Hier liegt so ein blaues Teil und das kann ich nicht aufheben. Ja, das sind Schilddinger. Ja, falls ein Schildgerhut geht. Das lässt man irgendwie komischerweise manchmal fallen. Okay. Okay, what the fuck. Mir hat's grad... Die Aufnahme zerschossen. Grüßt. Ich habe jetzt wieder gestartet. Also nicht wundern, da ist grad ein komischer Schnitt drin. Irgendwie wollte er das Game spontan raustappen und dann doch nicht. Also auch immer das gerade war. Irgendwas verpasst nicht wirklich, ne? Ja. Höchstens einen bösen Quote von mir, ich sag's nochmal. Lego ist Anti-Frau so. Wenn die, äh... Ich hab jetzt noch eine drauf. Na gut. Dann hinterlassen so kleine Wolken Totenschädelform Art. Das bin ich voll toll. Keines Detail, nur so nebenbei. Doppelt halt weiter, oder? Was, was, was? Mit Totenschädeln? Wenn die komischen Konstruktoren hier fliegen, dann haben sie so eine... Explosion verlassen so eine Wolken, die ausländern wie Totenschädel. Ganz nett mal anzumerken. Ja, ich schieß ja auch nicht, ich guck mich die ganze Zeit nur zu, deswegen ist es ja so schwer. Guck mir immer die Gegend an. Oh, ne, wie kommt dann noch, ey, seid ihr bald fertig? Du Badass Loader. Der sieht sexy aus, er zwei mächtig. Waffen. Ist ja noch ein Hotloader, oh. Die Schiffe, die Schiffe, Achtung. Aber jetzt hat man zu Red noch geschafft. Oh, Mann. Oh, Mann. Komm mal kurz, einer war bekauft. Ihr macht es schon. Aaaaaaaaa. Ich krieche, ich krieche. Oh Gott. Lego, bleib da. Nein. Ey, halt mich nicht fest. Krass, was machst du? Nimm. Fall mir mal die Arme ab, du Sau. Mit Korrosionswaffen wäre das hier echt verdammt schwer, würde ich sagen. ich habe ja nicht mal eine oder ich habe explosiv ich habe aber korrosionsgranaten die helfen extrem gut vor allem die man so schön über zeitschaden die man zwar nicht viel grundschaden aber diese flammenwerfer idioten sind heftig war ich doch gar nicht die scheiße die man sich angekauft hat das wäre von vorteil für dich ich rede mit mir selbst wie immer so ich habe ja keine freundin und ihr meine freunde sein wer ja sagt ist schwul ich bin ich gar nicht ist gelogen hier gibt es eine quest war amageddon und das der stalker stalker der stalker ich will also auch nö ich habe jetzt eine zeitbasierte quest angenommen tut mal leid keine absicht abbruder sind ein menü und dann und dann in die jahre ist dann gut jetzt vielleicht irgendwann mal weiter salvatore hat einen akzent leute müssen eigentlich die aufnahmen auch beenden gleich also würde ich gerne noch mal sanctuary zeigen das wollte ich gerade sagen lassen wir uns noch sanctuary zurückgehen und dann steht es in der luft das ist ja voll geil ist fast wie bioshock infinite und ich habe wieder warum habe ich über diese quests auf ich habe die das schon gemacht in meinem speicherstand sind meine freunde ich will auch kiste auf man geht nicht kannst du dir nicht leisten naja obwohl die hauptquests noch abgeben das war kurz gelang ein freundlicher der country dann in den dünken denn denn dünken dann und sollte die gelieb ord und zur nächsten um mich bei den zuschauern zu entschuldigen viele nachher ich bin für die waffen ich bin ein ausfeuerung habe ich gekriegt vor fortem was über das kold er endlich so war endlich endlich jetzt fühle ich mich nicht mehr wie ein halber kerl aber ganz schön lang gedauert hier mit den normalerweise kriegt im ersten krieg man die voll schnell naja gut leute ich würde sagen also ich werde zumindest meine folge jetzt mal beenden weil nicht dass es noch mal abspackt bei mehr versuchte hin und her zu tappen ich weiß auch nicht was da los ist ob das fix ich bis zum nächsten mal ja ich würde auch sagen machen wir schluss machen wir schluss richtig aber nicht vergessen ich bin besser als ihr und ich hab Kekse allein das macht dich besser Kekse machen alles besser bis zum nächsten mal